Meine beste Freundin hasst mich! Ich bin ein Außenseiter! Ich habe eine faule Kebab! Hey, da ist eine vollkranke Sexkarte im alten Treppenhaus! Die Inzestkarte. Was zur Kids-Helblein? Es ging darum, wer mit wem rumgemacht hat und was sie gemacht haben. Lurchi? Geize? Zungenschlag in die Furzkiste? Kann ich mir denken. Eure Namen waren alle auf der Karte im Treppenhaus. Das ist ein sexuell-literarisches Tutorial. Das ist Sexknast! Vielen Dank! Wer war noch daran beteiligt? Deine übliche Komplizin Harper? Wovon redest du? Unsere Freundschaft war doch perfekt und sie ist einfach so kaputt gegangen. Alter, alle sind pissig. Du hast Leute getrennt, du hast Leute geoutet. Das ist kein Grund, sich zu trennen. Hey, hallo, hörst du mich? Ich... Ich hab dich nie auf unsere Freundschaft. Alle hassen mich. Warte, Emery! Verpiss dich! Wir hassen dich nicht. Geh einfach da raus und steh zu deinem Sch***. Das ist ein Witz, oder? Nein, ich bin viel lustiger als das. Willst du nicht verstehen, wie unwichtig das alles ist? Du siehst aus wie eine tragische Figur aus The Real Housewives. Vergiss die B***, los geht's! Vergiss die B***, los geht's! Wo zur Helle warst du? Rein! Sofort! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht! Gute Nacht!